Äh, schön und gut. Und jetzt? Donk. Ach, das ist ein Brunnen? Ich dachte, das ist eine Torte. Na gut, dann wollen wir mal. Safe. Wendy, ich komme zu dir. Tududu. Hi. Was zum... Ach Gott, dieser Kitsch. Da. Na, das muss der sein. Aber nein, ich... Ich lade jetzt nicht. Ich weigere mich zu laden. Ich weigere mich zu ertrinken. Ich weigere mich auch, dieses Herz anzufassen. Ah, komm raus, du Kuh. Du. Was, das war's? Gott, bist du schlecht. Ich weigere mich zu. Ich weigere mich zu. Ach. Course clear. Yoshi rüey. Jawoll. Mario hat alle Nacht mit Wendy gespürt. So, was ist ein Skull-Ride? Ein Geisterhaus. Ey, das hat doch mal was zum Teufel. Das hat mal Style. Das ist doch von Donkey Kong. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist cool, das gefällt mir jetzt. Punkte für Style. Wow. Also jetzt bin ich wirklich platt. Ich find das klasse. Hupf. Ich weiß nur nicht, wohin ich muss. Ich hab auch irgendeine Angst zu speichern grad. Servus. Ich speicher trotzdem. Tschuuu. Ach, das war's schon? Egal, das war cool. Hat mir gefallen. Wieb! Yeah. Was? Zavarudo-Switch? Jetzt wollte ich schon wieder F5 drücken für Quick Save. Deus Ex geschädigt. Hä? Wah! Schau an die Switches! Press sie schnell. Go! Ja gut, okay. Press sie schnell. Oh, cool. Ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Auf den Switch? Nein, Pitz. Auch recht. Au, cool, der hält die Zeit an. Ich verstehe. Feder! Na. Das war ja typisch. Nein, 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 nein. Ob das ne gute Idee war, ist fraglich. Warte, das macht einen ja Narsch. Ah, cool, das... Ich nehm dich mal mit. Hm. Ich aktivier dich gleich. Achja. Ich vergaß. Zeit-Reset machen. Oh Gott, das macht einen ja echt Kirre. Donk. 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 Oh Gott, mein Herz. Oh, das war stylisch. Das war eigentlich mehr dumm, aber das ist mir jetzt scheißegal. Heiksfeuer. Oh. Nein. Oh, das war doof. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So. Jetzt aber noch ein Save. 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 Ich glaube, komm jetzt her. Ich hab doch grad Zeit für sowas. Halbzeit. Ja gut, das dürfte ja hinhauen. I. Was ist denn da? Ja. Gekauft, gekauft, gekauft. Lasst mich in Ruhe. Ähm. Ja, komm. Ich hab doch... Haha. Für sowas keine Zeit. Switch. Gott. Da sind wir auch fliegen. Na, oder auch nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Also, uah. Langsam wird's knapp. Hä? Das war cool Hektisch, aber cool Spiegel fällt mir immer besser Ja, eine geht noch Dann verziehe ich mich ins Bett Ich habe es nötig Na? Ah, natürlich ist es ein Geisterhaus Four-Room-House Mal gucken Hoffentlich kriege ich das in dem Video noch runter Gut Ein Gut, dazu sage ich jetzt mal wirklich nichts Nein, diesmal nicht Verschwinde Aha, aha Aha, aha Oh, ja Ja, 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 ja Nein Nein Jaa Jaa Uh, aha Donk Weg, 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 servus Iiiiih Präzisionssprung Gefallen lassen Gut Servus Morgen Tür Tür Das gefällt mir jetzt Was ist denn hier drin Was ist denn hier drin? Blümchen Blümchen Vierchen Röhre Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hä? Hä? Was? Und? Aber hier ist doch gar nichts Gut, ich glaube hier sollte es nicht sein Okay Die Röhre mal merken Da waren auf jeden Fall irgendwelche komischen Blöcke drin Grüß Gott, wo ist denn hier der Ausgang? Pff, unfreundlich Iiiih Oh Uh, hax Schmiedel, diese dumme Laterne Kopf Über ins Verdammte Peacewitch Blödes Arschloch Piss dich Ich hab grad Zeit für sowas Ich hab grad Zeit für sowas Für sowas auch nicht Ich schick mich doch Haha Nein, nein, nein Oh Gott sei Dank Ich nehm dich mal mit Hä? Was? Moment Moment Ne, die muss ich schon irgendwie mitnehmen Tch Hm Wo zum Teufel muss der hin? Nächsten ist der Pilz wieder da So Was mach ich jetzt mit dir? Peacewitch Hm Oh mein Gott Ich glaub ich ahn sogar schon was ich machen muss Na komm her Gib mir deinen Panzer Gib mir deinen Panzer Mach dich nackig, du Sau Tschüss So So Jetzt bin ich mal gespannt Ob das auch so funktioniert Wie ich es mir jetzt vorgestellt hab Kick Scheiße Scheiße Nein, stopp Ich will dich Ach Ich frag mich nur was dieser Switch bedeutet hat Gut, egal Hund Lalalalalalalalalalala Au, wap! So! Das war's auch für heute. Squawks Ride. Squawks? War das nicht auch einer aus Dorn gekommen? Egal. So, mein Bett ruft. Ich sag immer, bis demnächst und gute Nacht!